Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um React to Old Videos. Das heißt, ich werde alte Videos mir angucken und ihr seht da auch meine Reaktionen. Ich habe ein paar Szenen zusammengeschnitten und ich hoffe, es wird ganz lustig für euch. Bleibt bis ganz am Schluss dran, denn ganz am Ende gibt es noch ein Gewinnspiel. Ihr habt richtig gehört, ein Gewinnspiel. Das habe ich noch nie gemacht. Deswegen wird es ganz interessant sein, aber weiteres dazu erfahrt ihr am Ende. Viel Spaß! So, das war mein allererstes Video überhaupt auf YouTube. Hatte 12.000 Klicks. Wir sehen uns aber, das ist unverdientes. Ich habe nicht mal Ton. Es ist, da existiert kein Ton. Das ist doch voll langweilig. Warum habe ich das hochgeladen? Okay, dann kommen wir zum nächsten Video. Oh nein, das ist das da, ne? Alter. Nein. Eine wahre Geschichte. Das ist Nils. Nee. Nein, das reicht jetzt. Warum habe ich das gemacht? Habt ihr das gerade gesehen? Jemand kam auf Nils zu. Er hatte das gleiche Problem wie Nils. Denn jeder nannte ihn Arschgesicht. Nee. Sorry, ich bin raus. Das ist ohne Witz. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch... Das ist Nils, oder? Nee. Oh, jetzt kommt mein allererstes Let's Play, das ich auf meinem Kanal Tabor LP hochgeladen habe. Schau euch mal an. Ja, herzlich willkommen bei Let's Play Hunger Games. Äh, das ist einfach ganz spontan. Ich hätte einfach mal Lust auf... Alter, wie schüchtern ich war, Mann. Ohne Witz. Jetzt fängt doch gleich an. Wie ich rede, so voll monoton, so... Hallo, herzlich willkommen, äh... 1.4.6. Die ist, äh, heute rausgekommen. Alter, das will sich doch gar keiner reinziehen. Warum habe ich so geredet? Da wollen wir mal einen grandiosen Start hinlegen. Ich habe einen grandiosen Start... Nein. Äh, äh. Nö. So, herzlich willkommen. Ihr habt's wahrscheinlich schon im... Äh, äh. Nö. Oh, das ist mein, äh, allererster Vlog. Mein Vlog. Ähm, ich habe hier so ein bisschen rumgebaut, so mit Lichtern und, äh, Kamer... Also ich habe mir für das Video extra ein Hemd angezogen, ja? Zum ersten Vlog extra ein Hemd, gebt euch das, Mann. Gebaut. Samis Bild oben rechts einblenden oder so. Hä? Kann ich nicht lesen oder was? Oder was war denn das gerade? Was ist denn das für ein Intro, Mann? Nein. So herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Nee, praktisch. Nee, hab ich nicht gemacht. Also gebt euch das, wie ich dazwischen aussah. Das kann ich so einen ganzen Tag machen, ey. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ich schäme mich gerade überhaupt nicht dafür. Also das Video war gar nicht peinlich gerade. Überhaupt nicht. Wenigstens mal ein gescheites Intro. Ganz im Ernst. So herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Okay. Ich habe das Vlog hier jetzt nicht durchgeplant. Also es ist vollkommen spontan. Von meiner spontanen Seite, die nicht existiert. Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Oh mein Gott, das Video, das ist... Oh mein Gott. Ich heiße Sammy. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Wie heißt denn der? Mein Kanal heißt Tabos LP. Machst du noch Videos? Nee. Ja, dann fang mal wieder an. Okay. Wie ich das sag, Alter? Ja, dann fangen wir wieder an. Okay. Okay. Warte. Ja, ich habe jetzt irgendwie richtig Bock wieder den Kanal wieder lebendig zu machen und deshalb will ich wieder aufnehmen. Was labere ich eigentlich? Den Kanal wieder lebendig machen, als ob der leben würde, Mann. War ich eigentlich dumm oder so? War er ja zum Glück gar nichts gespielt oder so? Überhaupt nicht? Ja. Mama. Oh mein Gott. Nein. Nein. Da habe ich in Nils gespielt. Nein. Sag mal, wie scheiße bist denn du? Oh, getroffene Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Szene war so geil. Das war so geil. Wieso warst du eigentlich nicht geflasht? Ich war geflasht. Bissle. Wie Nils immer rumflamend. Immer. Nur weil ich besser bin als er. Nicht dein Ernst. Was denn? Ich hatte keine Sinntexte. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Alter. Wie ich ihn umbringend habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich echt auf den Sack gehe. Nee, also wenn ich sowas mache, also. Jetzt aber. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Alter, halt. Wie immer so kommt. Wie immer kommt man jetzt so. Willst du mich verarschen? Wo warst du denn? Alter, da bist du so gecampt. Hä? Kommt dich das an, Mann. Junge, dann explodieren so Fässer. Ich sterb dadurch nicht. Nee, das darf man. Hier ist sich beschwert. Das ist so eine Pfeffwand. Das war übrigens. Wollten wir an dem Tag ganz viele MW2-Folgen aufnehmen. Damit wir einen Vorrat haben. Und das war die erste und letzte Folge, die wir an dem Tag aufgenommen haben. Weil Nils dann so keinen Bock mehr hatte auf MW2. Peter, die Scheißlehnen im Wechsel. 44er Magnum mit Taktikmesser. Hasse dich. Hasse dich. Ich habe meine Hand in der Hand ausknockt. Das ist heavy. Ich halte nicht mehr viel aus. Ich halte nicht mehr viel aus. Oh, Scheiß. Okay. Das war ganz da. Ich habe mich so erschrocken. Oh mein Gott, war das geil. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott, Alter. Herzlich willkommen zu unserem neuen Kanal Stray Games. Ey, wie sahen wir denn damals aus, Mann? Das Problem an dem Kanal war, wir hatten einen Bug. Und damit haben wir keine... Wie sahen wir jetzt eigentlich? Wie jung sah der denn aus, Mann? Wie dumm waren wir, Mann? Und Sau. Kau. Kau? Rau. Kühe? Mühe. Wir sind Kühe. Wir sind Kühe und suchen einen. Der uns mit seinem Stockzeug... Das war so geil. Dieser Kommentar. Den Stockzeug, wo es lang geht, Mann. Ohne Witz. Wir spielen... Minecraft. Man sieht es ja. Minecraft Mods? Oh mein Gott. Minecraft Mods. Der nennt sich MW2. Oh mein Gott, war das witzig. Alter, das war... Also das war jetzt mal so witzig. Boah, da habe ich echt einen rausgehauen, ey. So, herzlich willkommen zu einem kleinen Info. Alter, wie sehen meine Ohren denn aus, Mann? Warum sind die so rot? Ich muss erst mal danken für 21 Abonnenten in 5 Tagen. Das sind wir echt... Ich bedanke mich für 21 Abonnenten in 5 Tagen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Mhm. Okay. Und? Und? Dawson! Bier! Also, drei Engländer. Nein, das ist unleuchtig. Also, das war das Pack-Open-Dick von Wiel. Und da hat sich so, bei so ein schlechtes Spiel und überhaupt hat sich so übel gefreut. Und da hat es nicht aus Spaß gemeint. Und das war wirklich, das war so witzig, Alter. Spieler, ich habe keine Ahnung, was der ist? Traurig Bier! Und von Zahles! 90 Tempo. Alter. Bier sagt so, Alter. Der ist ja langsam. Alaba bringt immer Glück. Wie ihr wisst. Bier! Bier! Als ob Tiara so gut ist, Mann! Und? 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 Komm schon, komm schon, komm schon! Alter! Alter Mann! BAM! Soldado! Ja, Mann! Geil! Und trash! Soldado! Freut sich mein Soldat und den habe ich so aufgezogen. Den habe ich so aufgezogen. Und der freut sich für den, Alter! Wenn der guckt, was ich gezogen habe, dem haue ich. Dembele! Ja! Dembele! Nee! Entschuldige an all meinen Abonnenten, dass ich in letzter Zeit wirklich sehr unregelmäßig Videos produziert habe. Es lag auch sehr am Schulstress in letzter Zeit. Und damit wollte ich mich einfach entschuldigen. Was es jetzt ist, was ihr gewinnen könnt, seht ihr jetzt. Und zwar ist das das tolle Prachtexemplar. Ein Lenkrad von Logitech, ja. Habe ich damals zu Weihnachten bekommen. Für 300 Euro hat das Ganze hier gekostet. Mit Schaltknüppeln und Gaspedalen. Und ja, hier mit echtem Leder und Knöpfen hier schalten. Man kann es aber am PC anschließen. Aber für alle PS3, PS4-Nutzer könnt ihr es auch da anschließen an die PS3. Xbox weiß ich nicht, müsste glaube ich aber auch gehen. Und was ihr da für das Gewinnspiel, was ihr machen müsst, ist einmal dem Video einen Daumen hoch geben. Und dann müsst ihr unten einen Kommentar verfassen, warum ihr ausgerechnet das haben möchtet hier. Schreibt einfach so einen kleinen Text oder einen Satz oder so, wie ihr das unbedingt haben müsst. Und dann werde ich eine Auswahl erstellen. Und dann im Internet gibt es dann so Random Maker, wo ich dann die ganzen Namen eingebe. Und dann kommt dann irgendein Name. Das werde ich dann aufnehmen, damit ihr jetzt nicht denkt, ich tue jetzt, äh, ähm, keine Ahnung, irgendeinem jetzt das geben. Sondern das muss, äh, das passiert durch Zufall, wer gewinnt. Und ich hoffe, ihr macht mit. Hier seht ihr das nochmal. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe es kaum benutzt. Äh, deswegen möchte ich das jetzt euch gerne schenken. Das ist wirklich gut. Hat mir echt Spaß gemacht mit dem, äh, Auto zu fahren quasi. Jetzt habe ich ja einen Führerschein, jetzt kann ich mit einem echten Auto fahren. Und, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, unten Kommentar verfassen unbedingt, wenn ihr das haben möchtet. Ähm, der Gewinner, gebe ich dann bekannt, äh, schreibe ich dann privat an in YouTube. Nicht vergessen, in YouTube schreibe ich ihn an. Und dann klären wir das Ganze mit den Daten, damit ich das dann auch, äh, zu einem von euch schicken kann. Ich freue mich drauf. Ich habe sowas noch nie gemacht. Es wird mal Zeit, dass ich mal sowas mache für euch. Äh, denn ohne euch wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Die Auflösung des Gewinnspiels, äh, ist in zwei Wochen. Da werde ich dann das Auflösungsvideo hochladen. Äh, bis dahin habt ihr halt Zeit, dem Video einen Daumen hoch zu geben und wie gesagt einen, äh, einen Satz unten zu posten. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die dann auch, äh, vielleicht ihr Glück haben können. Und, äh, vielleicht könnt ihr eurem Kumpel sagen, dass er auch mitmachen soll, damit das für euch gewinnt zum Beispiel. Keine Ahnung. So, schaut unbedingt nochmal auf meinen Instagram-Account vorbei. SWT-Youtube auch nochmal unten verlinkt. Dann habe ich auch noch Facebook, da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und ich habe gerade wieder angefangen, äh, Bilder auf meinen Flickr-Account hochzuladen. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Addet mich auf Snapchat, da heiße ich auch SWT-Youtube. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Adios, amigos. Muchas gracias. Ciao.